Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Wir fahren aufs Land, wir halten zu dem Virus, gesunden Abstand. Wir fahren aufs Land, spätestens im Juli liegen wir am Strand. Nur keine Panik, das ist normal Dynamik. Pass auf auf Mama, mit richtigen Maßnahmen. Bleib zu Hause munter, Deutschland geht schon runter. Aber nicht gleich heute und nicht an einem Tag. Wir fahren aufs Land, wir halten zu dem Virus, gesunden Abstand. Wir fahren aufs Land, spätestens im Juli liegen wir am Strand. Die Disco ist zu Ende. Schicht in Schacht. Die Virologen übernehmen die Macht. Passiert aus Deutschland, ohne Bier vom Fass. Niemand braucht mehr seinen Reisepass. Spätestens im Juli liegen wir am Strand. 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 Auf geht's!